Ja, willkommen zu einem neuen Part von One Piece, äh, für den GBA, ähm, wir sind dann immer noch in Portown, jetzt geht's in zweite Story, keine Ahnung, Kapitel von Portown, mir fällt jetzt auf, äh, Zauber ist auf dem Schiff, heißt das, wir sind hinterher komplett auf dem Schiff, ja, wir starten einfach, yeah. Zauber geht davor, müssen wir wieder finden, bevor wir, äh, beanspruchen können. Ich will nicht, Daumenball anlassen, Alter. Der Ball hat einfach los. Warte. Ach, nee. Noch irgendwas versteckt sein, wenn man reingehen kann. Ja, auch hier hochlang. Hey, what is it? Äh, geht nicht zur Seite der Hund. Da geht trotzdem rein. Ja, und das Bürgermeister ist. Komm, komm. Kanone. Oder so. Zack. Äh. Äh. Ja. Die Fehlkeit ist ja geil. Ey, da ist irgendwas. Äh. Oder auch nicht. Ein, äh, ein Areal-Kampf. Äh. 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 Okay. Kanone. Äh, wieder. Ja, ich hab beim letzten Mal gesehen, was sie machen kann. Und zwar, dass wir rollen. Äh, äh. Äh, äh. Okay. So. Komm, was das jetzt bringt. Ouch. Okay, kann mal ausweichen. Warum noch nicht? Warum kann ich nicht gegen ihn kämpfen, Alter? Ach, komm. Ja, genau. Fisch dich. Du auch. Winnet ist denn das? Ah. So nach rechts. Und. Ha, wusste ich, komm da hoch. Und. Jump. Geht weiter. Ach, jetzt ja. Abkürzungen nehmen oder was? Und zack. Und. Bam. Und zack, bomb. Die lassen sich nicht schießen. Äh. Da hast du nicht getriggert. Als, äh, du guckst mich weiter. Sie sei sich, komm her weiter, aber. Oh, ho, 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 ho. Haha. Hi. Du. Oh, ho, ho, ho. Also, ich komm ja weiter, aber. Äh? Nicht? Nein. Pats, pats, pats. Kau. Äh. So. Ja, wir hätten ja schon das Zauber haben müssen. Er ist schon wieder. Naa, komm, ey. Ich fände noch, Karolien. Ah, Nami. Du bist schon wieder. Äh. Okay, wenn ich die Map, welche Karte fahre, ähm, bei den Clown klau, dann, freut es zu mir. Ah, ich bin mal gespannt, Alter. Ja, die will natürlich dann nur mich ausnutzen, um zum Schatz zu kommen. So. Ach, komm. Alter. Ja, geht doch. Ich brauch was zum Fressen, Mann. Danke. Äh. Äh, wenn hier jetzt ein Kampf kommt, dann... Was ist mit dem Park? Okay, es kommt ein Kampf. Ah, wie heißt denn der Typ? Das war wahrscheinlich im nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.